Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Bias Lernen, maschinelles Lernen mit dem Bias Klassifikator. Gut, heute fangen wir so richtig mit der Praxis an. Bisher haben wir uns nur angeguckt, wie der Algorithmus theoretisch funktionieren würde. Und ja, jetzt schauen wir uns dann im Folgenden an, wie man die einzelnen Sachen machen kann. Also erstmal schauen wir uns das Ganze beim Konzeptlernen an, das ist relativ easy. Dann versuchen wir eine Funktion zu lernen und dann schauen wir uns an, wie man klassifizieren kann mit dem Bias Klassifikator. Also mit dem, was wir bisher gemacht haben. Natürlich nicht alles in dem jetzigen Video, vielleicht machen wir danach übrigens auch noch mehr. Nicht alles in dem jetzigen Video, sondern immer nach und nach. Also keine Sorge, ihr werdet jetzt nicht heute überhäuft mit 10 Stunden Videomaterial. Okay, gut, dann fangen wir also direkt mal an. Heute geht es ums Konzeptlernen mit Bias. Ich lasse diesen Map-Algorithmus, versuche ich gerade mal so im Bild zu lassen. Den brauchen wir nämlich, wobei den brauchen wir nicht unbedingt. Im Prinzip machen wir nur das, was wir sonst auch immer machen. Okay, ich schreibe es gerade mal hierher. Beim Konzeptlernen haben wir immer folgendes System dahinter. Wir suchen eine Hypothese, die Zielhypothese zum Beispiel C, sodass jedes X in den Raum 0,1 abgebildet wird. Ja, also wir bilden X entweder auf 0, auf True oder auf False ab, beziehungsweise auf False oder auf True ab. Zum Beispiel, wir wollen heute joggen gehen oder auch nicht. Und die X sind dann eben diese Instanzen. So, gegeben sind uns jetzt eine gewisse Anzahl an Trainingsbeispielen normalerweise immer. Und diese Trainingsbeispiele benutzen wir, um diese Zielfunktion C zu trainieren. Das heißt, wir haben gewisse Instanzen X1 bis hin zu Xm, sage ich jetzt mal dazu. Und wir haben deren Zielwerte, also C von XI, wobei I jetzt zwischen 1 und M liegt. Äh, das soll natürlich ein C sein hier. Also, wenn wir diese Dinger in die Zielfunktion reinpacken, weil wir haben ja für die hier schon tatsächlich den Wert, der rauskommen soll, dann bekommen wir ein folgendes Ergebnis, nämlich, äh, ja, wir sagen einfach mit gegebenem C von XI. Das bedeutet, für diese Werte hier kennen wir die Ausgabe unserer optimalen Zielfunktion, also unserer optimalen Hypothese, die wir gerade suchen. So, das sind also unsere Trainingsbeispiele im Stück. Ihr kennt das Beispiel noch vom Konzeptlernen, hoffe ich mal. Ähm, leider gibt es hier jetzt gerade so ein Mix zwischen den einzelnen Serien. Den kann ich aber nicht vermeiden, wenn man Bias für irgendwie alles verwendet. Und ja, okay. Ähm, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen einfach an, dass diese Dinger irgendwie verteilt sind und können deswegen Bias benutzen. Das heißt, wir nehmen, ähm, wir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von D gegeben, die Hypothese H, die ist entweder, so, jetzt brauche ich hier eigentlich eine geschweifte Klammer, ähm, denn wir müssen hier eine Fallunterscheidung machen, also die ist entweder gleich, upsala, ähm, so, die ist gleich 1, falls die Hypothese, die wir gerade hier haben, also dieses H, was wir hier betrachten, falls dieses H von unserem X, I, egal für welches X, beziehungsweise egal für welches I, ähm, gleich C von X, I, warum ist das gleich nicht rausgekommen, so, oder aber sie ist 0, sonst, ja. Also haben wir hier zwei Fälle, wenn die Hypothese denselben Output hat, wie unsere Zielfunktion hier, dann ist die Hypothese, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese gilt, gegeben den Daten, die Wahrscheinlichkeit ist dann 1 und 0 ansonsten, das heißt, sie darf keinen Fehler machen hier. Okay, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese gilt, P von H, die ist einfach 1 durch den Betrag von unserer Menge an Hypothesen, also sprich einfach 1 durch die Anzahl an Hypothesen, die wir betrachten, okay, das heißt, wir haben einfach alle Hypothesen in diesem H drin und wir gehen durch jeden einzelnen gegebenen Datenpunkt, also von diesen Dingern hier, schauen wir, passt unsere Hypothese zu unserem Zielwert, den wir auch gegeben haben, falls ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese gilt, gegeben den Daten 1 und sie ist 0 ansonsten und alle Hypothesen sind gleich wahrscheinlich, wir nehmen also nicht irgendwie an, dass irgendwas besonders gut ist oder auch besonders schlecht ist. So, und wenn wir das dann wieder über das Beißtheorem zusammen addieren oder zusammen, ja, rechnen sozusagen, haben wir als a posteriori Wahrscheinlichkeit für unsere Hypothese, P von H gegeben der Daten D, einfach hier 1, also wir nehmen nur an, dass wir die hier betrachten, die Wahrscheinlichkeiten hier, also 1 für die, also die, die unwahrscheinlich sind, die, die hier eben 0 bekommen, die lassen wir sowieso gleich außen vor, die brauchen wir gar nicht mehr zu betrachten, 1 mal 1 durch den Betrag von H, wobei ich das unten auf den Bruch gleich schreiben werde und, wobei, ne, ich lasse es oben, ähm, 1 durch den Betrag von Groß H, jetzt brauche ich wieder einen Bruchstrich, ihr kennt es ja schon, das Spielchen, ich muss hier ein bisschen improvisieren, ähm, genau, und dann geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten gelten, wobei wir diese Wahrscheinlichkeit, dass die Daten gelten, umschreiben können, als die Summe, da haben wir es, als die Summe über alle P von D gegeben, die Hypothese H, mal P von H. So, ihr erinnert euch, äh, dieses 1 durch H hier ist auch im Prinzip nur einmal P von H gewesen, upsala, ähm, denn P von H war ja hier, äh, 1 durch Betrag von H und das hier war 1, weil wir alle anderen sowieso gleich rausschmeißen, das heißt, das hier kürzt sich weg, das können wir dann einfach rausschmeißen, ähm, weil der Faktor hier, der ist ja konstant, der ändert sich ja nicht für alle Hypothesen, sprich, wir können ihn sozusagen ausklammern aus der Summe und wir können hier einfach sagen, bumm, weg mit dir. Also Vorsicht, nicht immer aus Summen kürzen, nur in dem Fall, wo jetzt das wirklich für alle gleich ist, können wir diesen Faktor hier ausklammern, äh, aus, ja, ausklammern im Prinzip und, ähm, dann kürzen. So, und was wir jetzt hier unten noch stehen haben, ist die Summe über alle, ähm, P von D gegeben H, wobei das hier ja auch wieder nur Null ist, das ist ja auch wieder immer Null, außer die Hypothese ist interessant, also sprich, sie erfüllt dieses H von XI gleich C von XI, sprich, was hier unten am Ende steht, ist der sogenannte Version Space, ähm, ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich schon ein Video dazu gemacht habe, aber das ist auch nicht wirklich relevant, ähm, der Version Space von HD, nur dass ihr das Wort mal gehört habt, im Prinzip steht hier auch wieder nur die Summe über alle Hypothesen, die am Ende für mich interessant sind, also zum Beispiel, wenn ich drei Hypothesen habe, die möglich sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Hypothese gilt, ein Drittel, wohingegen, wenn ich, äh, vier Hypothesen habe, die das hier erfüllen, also interessant sind und irgendwie sinnvoll, dann habe ich halt eins durch vier, also und so weiter und so fort. Am Ende haben wir hier eine relativ schnell berechenbare, ähm, Funktion und können somit für jede Hypothese relativ schnell entscheiden, was das Ganze soll. Okay, super, dann, ähm, wie ihr auf diese Hypothesen übrigens kommt, das haben wir alle schon beim Konzeptlernen gemacht, da müsst ihr dann einfach mal schauen, wie ihr, ähm, das Ganze kombiniert, das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Okay, dann, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es dann ums Lernen von Funktionen geht, soweit ich das im Kopf habe. Okay, bis dann, ciao! Ciao!